Guten Tag. Guten Tag. Was hast du denn alles dabei? 16 Eimer Wasser. Okay. Wobei 16 Eimer Wasser eigentlich viel zu viel ist, fällt mir gerade ein. Wir könnten nämlich auch Lava einfach kippen und da was draufschmeißen. Oder wir gehen jetzt einfach hoch hier rein und suchen... Achso, nimm doch mal bitte die Portal Gun mit, die Reiseportal Gun. Das war die Dunkelblaue. Respektive die Violette. Die Violette! Die Violette! Was? Die Eimer, was hast du denn? Was hast du? Das sind doch die Eimer, was hast du denn? Wo sind die denn? Ah, hier. Was heißt denn hier? Hier und dort. Da ist die Portal Gun. Da ist die Portal Gun. Schalalalala. Ich sag, da ist die Portal Gun. Schalalalala. Wo sind die Eimer? Hier. Was ist denn hier? Jetzt komm einfach. Wo sind die Eimer? Äh, nirgends. Keine Ahnung. Ich werde dich töten. Geht nicht. Wetten, dass das geht? Wo zum Teufel sind wir hier? Äh, in der Höhle. Ah! Denk dran, du musst das, 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 das... Türkise dann löschen, ne? Ah, warte mal. Ist das... Alter, das, das geht's, das geht so nicht. Äh. Genau. Also, hier geht's schon mal nicht lang. Türkis hast du gesagt, ne? Ja, da hab ich jetzt zwei verschiedene. Das ist die. Okay. Wo bist du? Auf dem Weg zurück. Auf dem Weg zurück! Na, na. Was? Na, 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 na. Sagen, wie man hier wieder rauskommt? Ich geh einfach hier so, hier so hin. Und dann bist du wieder raus. Nein, hier aus diesen, diesen Höhlen-Dingsbums. Weil hier runter ist nicht. Ja, wir sind ja auch ein bisschen zu tief. Hier ist auch nicht. Hier ist auch nicht. Hier, hier, hier. Ja, aber ich hab hier oben grad noch was entdeckt. Na, hier so. Da. Und da. Und da. Cobblestone hätten wir... Cobblestone hätten wir auf jeden Fall mitnehmen müssen. Siehst du? Hab ich noch ein bisschen dabei. Zur Not kannst du doch hier alles abbauen. Setz the thing, my friend. Setz the thing. Und damit meine ich nicht Mr. Sing. Ha, 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 ha. Oh. Oh. Scheiße. Was denn? Wir haben einen Fail. Du hast einen Fail. Hm. Und zwar einen richtigen. Und der würde uns jetzt auch böse treffen. Du hast... ...die Portalgun. Richtig. Ich bin nicht dein Ernst. Doch. Scheiße. Was hast du getan? Oh nein. Du hast... ...ne deinen Ernst. Doch, Mann. Nach Hause. Gut, dann müssen wir das jetzt anders machen. Dann machen wir das jetzt anders. Ich geh schon mal gucken. Hier in diesem Bereich... ...ist das in etwa. Dann kann man das hier so und hier so. Das ist natürlich jetzt nix. Hm. Das ist ein Fail, wie er... Das ist schön. Aber das ist jetzt natürlich ein Fail, wie er im Buche steht. Weil wir müssen uns ja jetzt erstmal irgendwie... Ach, da ist Lava. Gut. Oh, das ist aber fließend. Das heißt ja nix. Doch. Ach, was ärgere ich mich jetzt. Und du bist schuld. Hm. Wie immer. Natürlich. Immer wenn ich feile, bist du schuld. Habe ich mir gerade so gedacht, weißt du. Das war ja... ...ein traumhafter Fail. Ach, Mensch. MS. Tut mir leid. Ja, ich weiß. Und deswegen verzeihe ich dir sowas auch. Ich verzeihe dir, dass ich gefailt habe. So toll. Ja, ne? Also komm, also ich bin schon... Ich habe so ein Glück, dass ich mit dir spielen darf. Eben, also ich bin schon... Alle anderen hätten mich schon rausgeschmissen oder so. Ja, also ich bin schon barmherzig, oder nicht? Manchmal hast du echt... Ja, also die Großherzigkeit des Masters kennt keine Grenzen. Und wenn es einen Oscar gibt fürs Scheißelabern, hätte ich schon mehrere gewonnen. Was wolltest du einsammeln? Zinn? Blei. Blei. Vom blöden Zinn haben wir ja noch ein bisschen was. Aua. Der Kies hat mich gehauen, MS. Oh. Blei. Oh Gott. Es gab Zeiten, da hast du mich verteidigt. Da hast du den Kies einfach verprügelt. Heute ist dir das egal. Ja. Das ist wie in der guten Ehe. Weißt du, früher haben sich die Partner gegenseitig im Bett angefeuert. Du Tiger. Heute, kleiner grauer Panther. Was? Was? Ähm. Drage. Eine Fackeln hast du noch? Ah, mit Kedabe. Ich wünsche mir die Frage. 42. Du hast so viele. Ja, Mann. Irgendwie sind in meiner Nähe Monster. Ah, ich bin in deiner Nähe. Das glaube ich dir. Ähm. Metz. Aha. Mal glatt ein bisschen Holz mit. Weil Fackeln brauchen wir ja dann später auch irgendwann. Da. Irgendwann. War hast du und hast das Portal weggemacht. MS, ich bin dabei, meinen Fehler auszubügeln. Echt? Läufst du wieder zurück? Erstmal muss ich mich hier vor den... Na, vor den... Komm doch einfach her und wir... Ich muss mich vor den Spinnen wehren. Aua. Das ist ja unfassbar hier. Was ist denn hier Phase? So. Hallo. Ist hier oben vielleicht zufällig ein Dungeon oder so? Weiß ja nicht mal, wo du bist. Komm mal zurück an die alte Wirkungsstätte, wo ich das Portal zerschossen hab. Ich hab keine Ahnung mehr, wo das ist. Ich bin schon arm. Ei, 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 ei. Arm. Ach, die Viecher gehen mir ja jetzt echt auf den Zeiger hier. Hier ist ein Creeper gefallen. Hey, Creeper, tu mir doch mal ein Gefallen. Wow. Lavutz. Es gibt so Momente, wo ich echt die Nase voll hab von euch. Viecherns. Aha. Da oben hängen sie also. Ups. D, D. D, 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 D. D, D. Leih. Ihr blöden Mistviecher. Hoffe ich jetzt nur, dass wir hier nicht bald irgendwie noch Skelette treffen, die mich dann hier runterschießen. Das wär echt bescheuert, oder? D, 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 D. Ich hab jetzt auch leider nicht gerade unbedingt momentan die Muße hier, äh, die Dingens umzustellen. Was umzustellen? Die Playliste, weil ich hier schon wieder von so einem Viech angegriffen werde. Weiß nicht, irgendwie hast du immer Pech, wenn wir in die Höhle gehen. Ja, ne? Ich bin halt ein Pechvogel. Wenn's doch nur das wär. Was soll denn das heißen? Nix. Möchtest du schon wieder böse werden? Also theoretisch kann ich das ja, weil PvP aus. Und dennoch... Glaubst du meine Rache nicht fürchten zu müssen? Nein. Na dann. Ich wär fast ertrunken. So grausam hier. Aha. Du hast aber auch immer ein Pech, wenn du in die Höhle gehst. Wow. Na? Was? Essenzbärenbusch. Ein was vom Bärenbusch? Ein Essenzbärenbusch. Das ist gar nicht so schlecht, da können wir nämlich Essenzen draus ziehen. Ja. Sammel mal die Essenzbären ein. Und am besten noch den Busch. Die baue ich in dem Busch ab. Einfach mit der Fist? Ja. So. Hey, ich weiß ja, wo wir rauskommen. Das ist ja mal krank. Dann. Tada. So. Cool. Ja, bitte. Wo bist du denn? An der Berghütte? Weil ich hätte hier, ähm... Ja. Wir hätten eigentlich auch einen Aufzug hochfahren können damit. Ich habe überhaupt nichts von dir mitgekriegt. Nicht? Nein. Was? Ich habe hier Obsidian. Das ist super. Ich werde jetzt erstmal... Oben wieder ein neues Portal ansetzen. Und dann komme ich direkt wieder zu dir. Also zumindest darunter, wo einst das andere Portal war. Wo einst das Portal stand. Da ist es nun leer. Ein Master Merchant kam mit einem Fail daher. Ganz großen. Ja. So. Sprengen wir hier hinein. Hallo. Kling. So. Das ganze Gedöns kann jetzt erstmal alles weg. Das kann weg. Das kann auch weg. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Hast du, ähm... Ja, Wassereimer hast du noch, gell? 16 Stück. Super, weil... Hier ist noch mehr Lava. Stehende. Kühl. Geht's gut, oder? Ja, klar. Was? Bau dann das vorhandene schon mal ab. Okay. Boah, da wird meinem Schwindelig bei. Okay, das Portal... Hab ich dabei. Wo rennst du rum? Where are you? Prinzipiell würde mich ja erstmal ein Höhenlevel interessieren, weil ich sehe deinen Spielernamen. Elf. Okay. Ich bin auf Höhenlevel elf. Okay. Geil, ne? Geil. Du müsstest mich sogar auf der Map sehen können.